Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogramm-Card gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Baske, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Freischuss-Challenge hier auf meinem Kanal, Leute. Mit meinem Bruder, wie geht's? Nicht viel. Perfekt. Heute, Florenz gegen Intermeidler, Leute, im Pokal, ja. Pokal in der Serie A, Leute. Wir werden heute mit, äh, wir müssen mal schauen, ob Ribéry drin ist, gegen, ähm, wir müssen mal schauen gleich, wen er nimmt. Wo ist Ribéry? Scheiße, Alter, Ribéry verletzt, Leute. Äh, was denkt ihr, wer gewinnt? Schreibt's in die Kommentare. Wo ist Ribéry, Alter? Ribéry ist es noch gar nicht hier gewechselt, oder was? Frechheit, Alter, kann doch nicht wahr sein. Wir müssen mal Boatengel nehmen, äh, Leute. Was haben die für eine komische Mannschaft? Leute, äh, lasst gerne einen Like da, macht die 1 Milliarden Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Kostlos abonnieren, die Lockhart, den Tisch, einschalten, wisst Bescheid, checken wir gerne in den Shop aus. Nice, dein Schwarz, Weiß, 100 T-Shots, Bruder, Orange, Rot, Grün, Blau, ihr wisst es, Kissen, Kassen, Torbeutel, Nice, LED-Lampe am Start. Handy-Hübel am Start, Leute. So, ab geht's, Leute. Ab geht die Post, ich feiere die Trikots von Florenz, Alter. Diese violetten Trikots feiere ich. Aber, was ich wirklich nicht checke, war, das war kein Foul. Was ich wirklich nicht checke, ist, Alter, gibt das Ding. Äh, warum, äh, boah, äh, boah, äh, boah, äh, sag ich schon, warum Ribéry nicht da ist? Macht keinen Sinn. Weil manchmal, okay, sind die noch irgendwie bei den alten Vereinen oder so, aber bei Bayern ist der ja auch nicht mehr. Also, das macht gar keinen Sinn. Ähm, keine Ahnung. Aber gut, was soll's. Dann ist er vielleicht irgendwie freie Spieler oder so zu der Zeit gewesen. Ist egal. Also, äh, ich, äh, schieße oder so mit. Boah, Teng, Leute. Wer ist das denn, Alter, mit der Nummer 7? Äh, Puglia, oder was? Puglia? Pulgar, Pulgar, Alter. Äh, boah, Alter. Boah, Teng, eigentlich stabile Werte, Freistoß, Präzision. Ja, gut, äh. Ja, bringen. Aber guck mal, Kraft und den Fähl ist schon stabil. 84 und ich glaube, boah, die Nummer 10 hier, das ist doch die Nummer, die man muss. Der könnte den einen oder anderen schönen, stabilen, saftigen, saftigen, saftigen Tobi-Topspin raushauen. Und deswegen, mal schauen, Alter. Mal schauen, der ist noch gut runterge... Was war das für ein komischer Freistoß, ey? Boah, Teng, äh, wieder... Wie macht der denn nicht die weißen Haare, ey? Ja, Mann, der hat das ganz komisch. Der hatte, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ich glaube, das Bild, das der hat, hier, Ultimate Team oder FIFA Bild, ist, glaube ich, schon vier Jahre alt oder so. Das Startnion ist übertrieben geil, ne? Sieht richtig Hammer aus, ey, fahre ich richtig. Okay, nächster Free Kick, mal ein bisschen weiter weg. Ähm, boah, das war aber nicht letzt. Schiri, ich war im Überlegen, ob das ein letzter Mann war und rot geben könnte, er gibt nicht mal faul, Alter, was ist los? Ganz verrückter Typ, so hier, Mann. Boah, schönes Ding. Komm, komm, komm. Na, geh dran, da. Na, Schiri, Ehren, Mann. Ehren, Mann, Alter, das war echt knapp. Alter, du wolltest nicht grätschen, ne? Ja, im 16er, Leute, konnte ich nicht reinflexen, deswegen. Na gut, na gut, na gut, Herr Bockst, na gut, wir schauen jetzt, Boateng, bisschen weiter vielleicht, obwohl das glaube ich gar nicht unbedingt weiter weg, ey, du sagst, könnt vielleicht nicht besser laufen, dann kann ich nicht weg, aber ne, Alter, Scheiße. Okay, da ist er, Boateng, letztens mal, er bin das hat 80 Kraft, er bin 87, ich bin das, aber der Rest kann es auch vergessen, na gut. Okay, Boateng, komm, nochmal, wir machen Tops, hin, ich bleibe jetzt, glaube ich, viermal, viermal bei Tops, hin, Leute. Ich bin nicht so gut, also, let's go, Alter, weg. Ich weiß, ach du Scheiße, neun, ja, ach du Scheiße, eh, Junge, warum war der einmal quer, ey, WTF, das kann ich mir gar nicht erklären, mach du, komm, warum war der einmal quer, all, what, ganz, ganz komische Sache, okay. Ich hab noch versucht zu korrigieren, aber wisst ihr, Leute, immer, wenn man versucht zu korrigieren, es gibt in den meisten Fällen gar nichts, Alter, der hätte sich so weggeblockt, warte, ach, Scheiße, was, so weit, ging dann, ich stück hoch, warte, jetzt, ach, Scheiß, Dreck, Alter, muss ich mir erwarten lassen, bis ich der L-T drücken kann, ich konnte gerade kein L-T drücken, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, weil du dich nochmal, weil du dich, weil du dich, weil du dich so komisch gedreht hast, laber jetzt, keine Ahnung, bleib stehen jetzt, Junge, Schiri, jetzt gibt doch auch mal Freistoß, Alter, meine Fresse, er war immer noch am Laufen, ich konnte nicht mal ein T drücken, Ja, ich weiß nicht, was im Schiri schon da ist, Alter, du hast eine Frechheit, der Schiri ist eine absolute Frechheit, gib nicht mal Karte, du bist dann ein richtiger, oder hab ich eine Karte bekommen? Ich glaub nicht, ey, bislang, Schiri, Jokuzel, ehren Mann, Ich hab dich doch bisher nur gegräbt, Nein, achso, das stimmt, mein ich doch, falsch gesagt, Scheiß gelaufen, weißt du, okay, nice, bislang keine Karte am Start, äh, Dings, Dragowski ist hinten im Tor, Alter, der ist eigentlich Maschine gewesen, früher mal, der war früher mal krankes Talent, mittlerweile leider nur noch 73, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, auch nur noch, 87, 85, 85, 85, oder Lukaku, du weißt, Lukakus, äh, Topsplins, ich hab eigentlich immer, bislang, immer mit Lukaku und Intervallern geschossen, ey, was macht der denn da, Simon, der darf überhaupt so weit an mich rangehen, der ist nervös, glaube ich, aber, der will Lukaku bisschen verunsichern, weil der genau weiß, was, verunsichert mich gerade, und das klappt, was Lukaku für Topsplins drauf hatte, aber bislang hab ich, ich glaub, du hast noch nie mit Lukaku geschossen, und zwei richtig saft, was war das denn, Alter, richtige saftige, oh, Dinger, der ist noch richtig heftig geworden, ey, Mann, ich weiß nicht, warum meine Topsplins da immer so klein sind, machst du nach unten zuerst? Ja, natürlich, bist du dir sicher? Junge, wenn ich nach oben mache, dann wird der gar keinen Topspin machen, nein, weil ich hab das am Anfang auch mal, der ist aber gut, nein, du hast immer nach unten, nein, ich hab am Anfang immer, ich hab immer nach oben gemacht, na gut, ich mach immer so langsam, wie es geht, aber, mach mal schneller beim nächsten Mal, ja, mach mal schneller, ja, wer weiß, vielleicht liegt's daran, ne, vielleicht liegt's daran, ne, komm, machen wir meinen erst mal, machen wir meinen, ey, gibt das Ding, ja, bei Nassi, Junge, was ist das, wie langsam ist der Walk gelaufen? WTF, ey, ja, mach, du, komm, wenn ich schon mal dabei bist, machst du nicht, ist scheißegal, machst du auch erst in zwei, so, bleib stehen, ey, Pisser, schönes Ding, ey, jetzt aber, ach, vielleicht gibt's dir den Zweiten, oder? Den ist dahingelaufen, geht den Zweiten, den Zweiten, Alter, aber ist das ein bisschen frech, aber du hast ja nicht mal den Ball berührt, das ist eigentlich besser, deshalb kann ja gar kein Vorteil abgebrochen sein, wenn du nur den Ball berührst, juckt den nicht, Badelli, war der mal bei, äh, wenn du nur den Spieler berührst, ich glaub, dieser Badelli war mal bei, weißt du, dass du nur den Spieler berührt, äh, gut, Ball am Ende noch, ja, aber der hat schon gepfiffen, wo du mich berührt hast, kann sein, ist scheiße gelaufen, der ist ja Reflexe wie ein, sind wir ehrlich, wie ein Otter, ist scheiße gelaufen, na gut, Badelli war glaub ich mal beim, ich weiß nicht mehr, aber ich mein, der war mal beim HSV, ey, ey, na gut, Lukaku, wieder Tobi, oder was, heute nur Tops mit dem Battle, oder was, ich glaub, also probier mal was anderes, aber ich weiß nicht, ey, ich glaub Lukaku kann nur Tops mit, so ne Scheiß, hab noch nie einen anderen Freischuss mit dem reingezogen, aber, vielleicht, siehst du, mit dem kannst du nur Tops nicht machen, ohne Scheiße, Rest kannst du direkt lassen, hier, warte, jetzt krieg ich wahrscheinlich Rote Scheiße gelaufen, naja, der hat zu schnell abgepfiffen, Alter, gibt direkt Rote, ich hab gerade eben erst in Gelb gekommen, kann er eigentlich nicht machen, ey, komm, Schiri, mach mal auf ehrenhaft, Alter, ey, einige Rätsel davor Geld bekommen, was soll das denn schon wieder, eine absolute Frechheit ist das, unfassbar, Alter, und dann auch noch Badet, als man ihn gebrauchte, war er da, ist doch gut, ey, hast du gerade die Kapitänspläne gesehen, ey, bei, ey, das war richtig komisch, da waren so voll viele Wappen drauf, ey, der sah irgendwie richtig geil aus, auch hier, was haben die noch so einen Hahn, Alter, habt ihr das gesehen, wie so einen Hahn bei, äh, Frankreich, hattest du auch, im Wappen, sah ja ähnlich aus, auch, okay, jetzt musst du wieder Topsen machen, du hast gerade gesehen, der hat 66 Frankreich, hat ja einen Troutan, ja, Troutan, meinst du überhaupt da auch, ja, natürlich, du musst jetzt Topsen machen, weil der hat 66 Freistussrezisionen, Leute, der kann nur drauf ballern, und irgendwie hoffen, dass das Ding reingeht, was das wieder für ein Freistussstrich da gerade, Alter, Wetev, wieder so ein Kleiner, boah, hä, boah, der schießt aber echt scheiße, Lukano, nein, du musst nur wissen, nee, der schießt absolut scheiße, du musst nur wissen wie, nee, ich habe jetzt auch nicht so gut gezielt, aber trotzdem, so Müll braucht man eine Sau nicht schießen, ich bin nassi, Alter, der ist so langsam, Alter, meine Frise, muss aber vielleicht hast auch nur Glück gehabt, was weiß ich, ein bisschen Glück hat auch dazu, der hat halt nur 66 Freistussrezisionen, das geht mal in der Richtung, deswegen, musst du auch mal mit berechnen, zweimal in die Mitte geschossen, obwohl das gar nicht ging, aus der Polizei, ich glaube, heute gibt es mal eine lange Zeit, wir 0-0 Leute, ich habe es irgendwie, im Gefühl, ey, natürlich, am Anfang, voll oft, am Anfang, haben wir immer getrocknet, wir hatten am Anfang, aber das eine oder andere mal 0-0, doch, weiß ich noch 100%, warte mal, ist es meine Säte-Vollversion, Säte-Vollversion, komm, ich mache mal, diesmal keinen Tops, wir probieren mal mit einem schönen Schlenzer, was hält der da oben für ein Bild, das kann ich ja nicht erkennen, wer soll das sein, wer, wer meinscht, ey, ich weiß nicht, um deine Fans, Alter, keine Ahnung, oh, tankt ist gut, oh, nein, Handanovic, der sieht aus wie Dings, italienischer Nationaltrainer, zumindest ist es, Handanovic ist aber, 2-16 oder so, war dann noch, ich weiß nicht, wie der heißt, ich weiß gar nicht, wie du meinst, von mir hältst du, guck doch, da oben, bei deinen Fans, Alter, was soll da sein, bei meinen Fans, da hat jemand irgendein Bild von irgendeinem Typen hochgehalten, ich glaube, das war der italienische Nationaltrainer, warum soll der ein Bild verholen, schau doch gleich, ja, warte, mach ich gleich, nochmal, selbe Posi, kann ich gucken, Alter, der ist voll weggeflogen, gibt gar nichts, was soll das denn, ey, Junge, das geht wirklich 0-0 aus, was für ein Bild, ich habe es nicht gesehen, wie kann man nur so dumm sein, der hat das so, das war so ein riesen Schild, ich habe es nicht gesehen, jetzt gibt der Rot, oder? ein Gelb, Maximal Gelb, bei Maxim, der kann aber auch Rot geben, Barrier, erzähl mir das, warte, wo soll das sein, da, ja, aber der sieht aus wie Dings, aber das kann er nicht sein, wie 2016, der Nationaltrainer von Italien, Conte meinst du? er Conte, genau so hieß der, der sieht aus wie Conte, nächstes Mal vor zwei oder drei Jahren, ist einer gestorben bei denen, der war auch Kapitän, ich weiß nicht, aber das ist doch, der Junge, das ist doch kein Spieler aktiv, guck doch mal, wie alt der aussieht, deswegen, weiß ich nicht, das ist bestimmt Conte, warum halten die Conte da jetzt, das ist die Frage, ey, lass mich konzentrieren, ich muss wenigstens noch einen Traum machen, damit das Ding hier nicht 0-0 aus, außen geht, komm der ist gut, der ist gut, Mann, der ist scheiße gewesen, gegen Handano, ich bin fertig, was machst du? du bist, du bist dran, okay komm, du musst jetzt wenigstens ein Ding reinmachen, das ist peinlich, 0-0, unfassbar, unfassbar schlecht, unfassbar schlecht, oh Jungen, hast du ja guter Glück gehabt, das ist doch absolut, bleib, 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 jetzt krieg ich ja rot, alter, ja, ich zweimal rot, absolut frecher, das ist wieder, ne Freiheit von feinsten Sorte, der Rakowski mischt sich auch noch ein, denk doch, ich kann hier neu gemacht, das kann rot geben, das gibt rot, ich war letzter Mann, was für das kann, das muss, ja, eiskalt letzter Mann, wenn der so schneidet, dann gibt der noch mal rot, siehst du das, ah, da, da, das war der David Astori, jetzt wo ich das sehe, David Astori, stimmt, der ist gestorben, alter, den haben die auf der Binde, das ist geil, ja, aber das ist der nicht, ich weiß nicht, ob der das war, man würde ja, wohl, schwarz-weiß-Bild kann es schon sein, ja, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, der sah eigentlich anders aus, ich weiß ja, wie er aussah, aber der hatte eigentlich nicht so krass lange Haare, ah, egal Leute, vielleicht war das so Bild in der Jugend, ich weiß nicht, vielleicht war das das beste Bild, das sieht man sogar von hier, siehst du, da, ganz knapp am Arm, von da hat man es sogar gesehen, okay, letzter Freekick Lukaku, jetzt nochmal einen saftigen, schönen Top-Spiel, alter, den mach ich mal nach hier, weil der hat ja die ganze Zeit auf den Tor gezogen, nein, nein, mach das nicht, nein, 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 ich geh knapp drüber, alter, ja sowieso, der war gut, jawohl, und jetzt, jawohl, der ist gut, der ist gut, der war richtig schön, das war wieder Lukaku's Top-Spin von allerfeinsten Sorte, alter, schade, nein, nein, das war es, ey, was soll das, Leute, das war es, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne ein Like, dann lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, ja, macht die eine Million Likes voll, checkt noch gerne den Shop aus, ne, nice design, schwarz-weißer, grün und blau in den vier Farben, checkt gerne aus, Kissen, da sind Tormodeln, nice, LED-Lampe noch am Start, Handyhülle noch am Start, Leute, orange, blau, rot und grün, und, gratis, Autogrammcard, die haben wir auch noch, gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu, also gerne abchecken, wir haben es, wir wollten es so ein, dass man immer einen Joker benutzen kann, haben wir auch vergessen, das waren doch schon unsere besten, ja gut, aber man kann trotzdem mal, kurz mal einen Joker einsetzen, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, oder rein und, ciao.